Hallo, liebe Tiefske-Freunde zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22. Ja, wir spielen das Rückspiel in der Europa League. Es geht um alles. Wir wollen weiterkommen, ne? Das ist klar. Hinspiel 1 zu 1. Und jetzt zu Hause. Wir steuern natürlich nur uns, ist auch klar. Und das lassen wir ausfolgen. Und dann kann es losgehen hier. Gucken. Okay. Sollten wir schaffen, ne? Los geht's. Erstmal ein bisschen warm spielen hier. So sieht's aus. Schönes Ball spielen, ja auch. Ruhig machen wir das. Sehr gut. Schön Ball aus. Klasse Ball. Wunderbar. Anspiel. Ja, ja. Gibt den Freistoß hier. Foul. Das kann ja auch sein. Schiri. Unglaublich. Da geht er doch fliegig. Über den Platz. Da auch wieder drauf. Abschlag. Ne, Ecke. Okay. Okay. Wunderbar gemacht. Klasse. Schlechter Ball. Wieder schlechter Ball. 12. 12. 10. Okay. Okay, nicht ohne, gute kurze Ecke, gewährt, nächster Versuch. Ja, ist nicht einfach, da müssen wir was tun hier, auf allem die Bälle. Abseits! Ja, was hat er geschießt, denn ich habe hier einen Dussel. Ball gespielt, Ball! Oh, gelbe Karte! Schiri! Ball, aber ganz klar! Oder? Über mich. Ja, gut. Ich habe Glück gehabt. Rot wäre scheiße gewesen mit dem Spiel. Zeichen setzen hier, schön. Ah, Foul! Vorteil! Klasse! Klasse! Erster Schuss! Ohne! Komm, 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 zieh vorbei! Schade! 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 Helfen! Schade! Schade! Ohne, gut. Ohne, schöner Ball! Was ist denn? Lass ihr den Lauf! Mein Gott. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja noch einen Zierling oder was? Scheiße! Alter, was ist hier los? Scheiße! Oh, oh, oh. Ich gucke hier schon ein bisschen. Elegelie Güte. Ball nach vorne. Sein Gott. Lauf! Sehr gut. Ja, schöner Ball. Jetzt auf! Komm, komm, jetzt auf! Zieh durch! Zieh durch! Zieh durch! Ja! Schönes Ding! Sahabi! Mit der Führung! Zieh durch! Oh, durch die beiden oder was? Oh, geil! Riecht nicht ganz! So! Oh! So ist es fein! Okay! Okay! So ist es für die Pause! sehr gut! Sehr gut! Ja! Schlechter Ball! Halbzeit! Okay! Wir führen im Gesamten! Keine Pause! Wir machen gleich weiter! Aber es werden noch mal spannende 45 Minuten! Spiel fortsetzen bitte! Wieso kann der die selbe Nummer haben wie ich? Okay! Okay! Hier rüber! So! Hier! Seht ihr das? Schau mal die 17! Das ist ja auch heiß! Okay! Komm! Komm! Hört abseits! Sehr gut! Boah! Schade! Ja, Philpa schon wieder. Das ist die Kette. Aufseits. Ganz beladig. Nächster Wechsel, Torschütze geht raus, vorsicht kurze Ecke, ne, doch nicht, weg. Lieren und die Oferinik. Aus dem Rettungen, der Schüsse geht. Sehr gut. Anspiel. Gut gehabt. Gut. Ui. Ah, na lachse dich tuig. Mann. Ach, na Mann. Im letzten Moment doch noch gestoppt. Zeit läuft. Komm, komm, komm. Ja, sehr gut. Schön verteidigt. Komm, jetzt geh. Geh durch. Geh durch. Danke. Danke. Stimmenspiegel scheiße. Passt wieder für uns. Klasse, schön gemacht. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Alter. Alter. Aus. Geh durch. 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 Ach. Schade. Geh durch. Geh durch. Vorsicht. Position achten. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Yes. Huh. Hey. Und auf die Mitte. Gleich ist es vorbei. Hier greift gleich ab, bitte, pünktlich. Der hat gerade schön gelöst. Klasse! Schauen Sie anzuspielen hier! Geht aber in die Mitte rein! Und das kommt mal an! Tor! Die Entscheidung! Vinicius! Das war's! Schön gemacht hier! Toller Vorstoß! Links und da an die Flanke, butterweiß! Und eben der Mitte, Vinicius mit dem Köpfchen! 2-0! Hier! Wunderbare Vorarbeit! Jawoll! Eine Runde weiter! Perfekt! Ja, die fählen sich aus dem Häuschen! So soll's sein! Doch noch die Chance auf alle drei Titel! Weltklasse! Mir hat's Spaß gemacht! Wenn's Euch auch Spaß gemacht hat, und ihr wissen wollt, ob ich wirklich alle drei Titel gewinne mit PSV-Eind EVG, dann ein Abo dalassen! Daumen nicht vergessen nach oben! Und dann verpasse ich eine Folge mehr von FIFA 22! Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüssüüüüüüüüüüüüüüать! Vielen Dank.